Manuela Schwesig ist eine deutsche Politikerin. Sie gehört seit dem 17. Dezember 2013 dem dritten Kabinett Merkel als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend an. Seit dem 13. November 2009 ist sie eine der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD. Von Oktober 2008 bis Dezember 2013 leitete Schwesig das Sozialministerium in Mecklenburg-Vorpommern. Von Oktober 2011 bis Januar 2014 gehörte sie gleichzeitig dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern an. Ausbildung, Beruf und Familie. Schwesig wuchs in Selow, Bezirk Frankfurt als Tochter eines Schlossers und einer Verwaltungsangestellten auf. Nach dem Abitur 1992 am Gymnasium auf den Selow-Höhlen absolvierte sie ein Studium des gehobenen Dienstes in der Steuerverwaltung des Landes. Brandenburg. 1995 schloss sie dieses als Diplom-Finanzwirtin an der Fachhochschule für Finanzen in Königs-Wusterhausen ab. Danach wechselte Schwesig an das Finanzamt in Schwerin, für das sie als Steuerverhandlungsprüferin tätig wurde. Ab Mai 2002 arbeitete sie im Finanzministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern. In dessen Referat 320 sie zuletzt als Steueramtsritten für die Steuerverwaltung mit Fragen der Öffentlichkeitsarbeit und der Organisation befasst. Bar Schwesig ist Mitglied im Kinderschutzbund. Sie lebt in Schwerin, ist verheiratet und hat einen Sohn und eine Tochter. Am 31. Juli 2010 ließ sich die zuvor konfessionslose Schwesig gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn taufen und trat mit ihrer Familie in die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs ein. Politischer Werdegang. Mit 29 Jahren trat Schwesig in die SPD ein. Sie gehört dem Vorstand des SPD-Kreisverbandes Schwerin und dem Landesvorstand der SPD an. Seit 2004 war sie Mitglied der SPD-Fraktion in der Schweriner Stadtvertretung. In der sie seit 2004 stellvertretende Fraktionsvorsitzende und von Oktober 2007 bis Oktober 2008 Fraktionsvorsitzende war. Am 6. Oktober 2008 wurde sie zur Ministerin für Soziales und Gesundheit der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern im Kabinett Sellering i. Ernannt. Ihr Vorgänger Erwin Sellering bekleidet seitdem das Amt des Ministerpräsidenten Mecklenburg-Vorpommerns. Ab dem 30. Juli 2009 war Manuela Schwesig Mitglied im Kompetenzteam von SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier zur Bundestagswahl 2009. Hier zeichnete sie verantwortlich für den Bereich Familie und Soziales. Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2011 herrang sie in Schwerin ein Direktmandat. Am 25. Oktober 2011 wurde sie zur Ministerin für Arbeit, Gleichstellung und Soziales im Kabinett Sellering II ernannt. Am 27. Mai 2013 wurde Schwesig für den Bundestagswahlkampf 2013 in das Kompetenzteam des SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück berufen. Sie war dort für die Themen Frauen, Familie, Aufbau Ost, Demografie und Inklusion zuständig. Am 15. Dezember wurde sie als neue Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bekannt gegeben. Nach der Vereidigung von Birgit Tesse als neuer Ministerin für Arbeit, Gleichstellung und Soziales in Mecklenburg-Vorpommern am 14. Januar 2014 gab Schwesig ihr Landtagsmandat ab. Politische Positionen 2009 unterstützte Schwesig die Initiative von Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen, im Kampf gegen die Kinderpornografie Internetseiten mit kinderpornografischen Inhalten zu sperren. Im August 2009 fasste Schwesig ihre Position in einem Interview der Passauer Neuen Presse zusammen. Darin erklärte sie unter anderem, dass hin und her haben zwei von der Union geführte Ministerien zu verantworten. Für diese Hängepartie habe ich nicht das geringste Verständnis. Das hält einen besseren Kinderschutz auf. Zugleich vertrat sie auch den von der SPD geforderten Grundsatz, löschen vor sperren. Dennoch warfen ihr Kritiker später vor. Sie setze sich unter dem Vorwand des Kinderschutzes für eine noch strengere Zensur des Internets ein als ihre Konkurrentin Ursula von der Leyen. Für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern verfügte Schwesig durch einen Erlass, dass die Verfassungstreue der Mitarbeiter von Kindertagesstätten überprüft werde und gewährleistet sein müsse. Anfang Januar 2014 sprach sie in einem Interview mit der Bild-Zeitung U.A. über eine reduzierte Arbeitszeit für Eltern und ein Rückkehrrecht auf eine Vollzeitstelle. Sie schlug dabei vor, dass beide Eltern ihre Arbeitszeit um rund 20% reduzieren und dabei einen aus Steuermitteln finanzierten teilweise Lohnausgleich und Partnerschaftsbonus erhalten können. Die Bundesregierung werde zuerst das Elterngeld Plus einführen, bei dem Eltern, die Teilzeit arbeiten, einen Zuschuss zum Gehalt bekommen. Sie erklärte, die Wirtschaft muss flexibler werden und Eltern, die ihre Arbeitszeit für die Familie reduzieren, auch gute Karrierechancen ermöglichen. Ihr Vorschlag wurde in den Medien als 32-Stunden-Woche für Eltern diskutiert und in Zusammenhang mit der DIW-Modellrechnung für eine Familienarbeitszeit-Lohnersatzleistung gestellt. Zu Schwesigs Vorstoß äußerte Regierungssprecher Steffen Seibert, es handele sich um einen persönlichen Debattenbeitrag und erklärte, Die schwarz-rote Regierung werde sich darauf konzentrieren, das im Koalitionsvertrag vorgesehene Elterngeld Plus umzusetzen und den Ausbau der Betreuungsplätze voranzubringen. Es werde kein zusätzliches Steuergeld für die weitere Flexibilisierung der Arbeitszeiten eingesetzt. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig will die staatliche Förderung für künstliche Befruchtungen nicht länger nur Ehepaaren zukommen lassen. Sie plane, die finanzielle Unterstützung für Kinderwunschbehandlungen auf nicht verheiratete Paare auszudehnen, die schon länger zusammenleben, sagte Schwesig der Bild am Sonntag in Bezug auf die ausländischen Flüchtlinge. Sie könne nicht verstehen, warum wir es Paaren so schwer machen, die sich nichts sehnlicher als ein Kind wünschen. Nur Ehepaaren die Behandlung zu bezahlen, gehe total an der Lebenswirklichkeit vorbei, denn auch Paare ohne Trauschein wollten Kinder. Mehr als sechs Millionen Menschen sind in Deutschland ungewollt kinderlos. Flüchtlingskinder müssen Schwesig zufolge besser gegen Gewalt geschützt werden. Und zu diesem Zweck sei von Flüchtlingshelfern ein Führungszeugnis zu verlangen. Sie sprach sich gegen Einschränkungen beim Familiennachzug aus, da Kinder die Integration erleichterten. Kabinette Kabinettsäle Ring I Kabinettsäle Ring II Kabinettsäle Ring II Kabinett Merkel III Kabinettsäle Ring II Kabinettsäle Ring I Kabinettsäle Ring II Vielen Dank.